Da ist ein B80C von der DVG, die heißt Lohhausen. Ich denke, dass wir jetzt hier den anderen vorbeilassen. Der in einem Null-Diener steht zusammen. Nein, doch nicht, er fährt jetzt raus. Er fährt jetzt ab. Enddoppeltaktion. Die DVG ist mein Lieblingsverkehrsbetrieb im Raum Duisburg. Das muss ich auch dazu sagen. Mit der DVG bin ich einfach sehr, sehr zufrieden. Ab zu sehen von den ganzen Ausflüssen im Straßenbahnbetrieb, bin ich mit der DVG sehr zufrieden. Andere Verkehrsbetrieb im Schnitt sind deutlich schlechter. Zum Beispiel in mir hat sich deutlich verschlechter seit der Privatisierung. Und die SPK kennt sich auch sehr viele Auswälle. Und die Bahn muss jetzt warten, bis die Bahn wieder vorbeikommt. Schau mal kurz. Der Flughafen hier kann man auch sehr gut schön planes spotten. Und dann kommt die Rheinbahn. Da kommt die Rheinbahn. Mit einem B80D. Wo kann man ein bisschen, wie kann man ein bisschen spotten? Ne, ein bisschen so. Von der anderen Seite. So kann man ein bisschen spotten. Zeitlich. Zeitlich. Das heißt, Eurobeisch ist gut auf. Es zeigt, dass meine Meinung hinter den tellen Theater sagt, Impa Eurobeisch ist gut sind. Und das kommt wieder. Ich gehöre. Aber dann steht Drei zu verabその Zeit. Vielen Dank.